Hände loslassen, die Party händelos und greifen an. Vorbereiten, ja, weiter, 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 rücken, rücken. Ja, gut. Zwei für blau. Zwei für rot. Lauf weiter, lauf weiter. Gut, Robben, gute Arbeit. Gute Arbeit, gute Arbeit. Ruhig liegen bleiben, liegen bleiben. Halt die Augen fest. Loslassen, wegdrehen, wegdrehen. Angriff, angriff gleich. Wieder an die Beine, wieder an die Beine. Krawande an die Beine. Naja. Du musst die Beine packen, jetzt gibst du den Punkt weg. Komm, weiter. Reiß den Kopf an, Robin. Reiß den Kopf an, wenn er nach unten geht. Weiter, weiter, weiter. Noch eine Minute, Robben. Du führst noch einen Punkt. Komm, bitte weiter. Kopf und Arm nach unten ziehen. Kopf und Arm nach unten ziehen. Und dann ein Hintermann werden. Mit dem Kopf. Weiter. Robin, pack den Arm und den Kopf zusammen. Weil wir im Training geübt haben. Ja, gut, Robben. Hintermann. Hintermann, Robben. Und dann an dieser Seite Hintermann. Wegwerfen, der Mann. Und dann an dieser Seite. Sind das ein. Sind das ein. Robin. Robben. Er wollte erst gegen ihn. Nee. Weiter. Robben. Jetzt den wegwerfen und an der andere Seite. Ein kurm. Nein, leider. 20 Sekunden. 20 Sekunden. 20 Sekunden. 20 Sekunden. Angriff an die Beine. Ihr braucht nichts zu machen. Das ist doch 10 Sekunden. Nichts mehr. Nichts mehr weg. Nichts mehr verschränken. Keine Risikos mehr nehmen. Weg an die Zone. Weg an die Zone. Weg an die Zone. Nix. Noch drei Sekunden nix. Nix. Salz. Dann wird die Töne runter.